Wir sind keine Familie. Wirklich schwer beschäftigte Leute. Sogar Charlie hat keine Zeit. Und wir sehen uns nicht so oft, wie wir gerne möchten. Deshalb machen wir jetzt einen Familienspielerabend. Das ist ein besonderer Abend in der Woche. Der kommt bei allen an. Wir spielen Monopoly oder Cluedo. Das ist richtig spannend. Wir haben viel Spaß dabei und freuen uns, dass wir zusammen sind. Mach doch auch mal einen Familienspielerabend. Hasbro. Making the world smile. Wirklich geniale Idee, die ich da hatte. Sie kommen wirklich nicht...